Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Wir wissen es alle Leute, FC24 ist der letzte Müll und deswegen machen wir hier und heute eine Zeitreise. Retro Sprint to Glory Showdown in FIFA 19. Das alles nicht nur mit mir, sondern auch mit Chris. Was geht mein Freund? Was für eine Überleitung von FIFA bzw. FC24 der größte Müll. Wir haben Retro heute. Ich hab richtig Bock, ich bin richtig gehypt und Dennis sagt gerne mal jetzt für euch natürlich, was in diesem Video ansteht. Genau Leute, glorreiche FIFA-Zeiten, glorreiche Zeiten auch für Schalke 04 damals gewesen, die wir im heutigen Video übernehmen werden. Das letzte Jahr, die letzte Saison, wo Königsblau auch noch an der Champions League teilgenommen hat. Das wollen wir heute erleben und vielleicht ein bisschen erfolgreicher sein als Tedesco damals in echt mit Platz 14. In der Karriere angekommen, was bleibt zu sagen Leute? Liebe da, lasst einen Daumen nach oben für euch ein kleiner Klick, Abo-Klog, um nichts weiteres zu verpassen. Gerade wenn wir vielleicht noch vor FC 25, was vielleicht besser wird als 24, noch den ein oder anderen Retro-Showdown machen sollten, welches FIFA und so weiter, welcher Verein, kommentiert es gerne. Ansonsten checkt doch den ersten Link in der Beschreibung aus, da geht es zur Retro-Ausgabe, die wir für Chris gemacht haben. Das gleiche auch also in FIFA 19 mit dem damaligen Champions-League-Finalisten. Das hat Dennis vorhin ganz kurz mit mir geschrieben, tatsächlich die Spurs, die dann das Finale, ich meine, 2 zu 0 gegen Liverpool verloren haben. Richtig, es hat glaube ich nicht mal eine Minute gebraucht und es gab schon einen Elfmeter in der Partie damals, wenn mich nicht... Ich glaube Handelfmeter oder so war es irgendwie. Handelfmeter, exakt, so sieht es aus. Wir haben sogar noch eine Budgeterhöhung am Start, was bedeutet 70 Millionen sind unser Budget zum Start. Ja, der Kader sollte glaube ich klar sein, bekannte Namen mehr als nur am Start, deutlich bessere Zeiten als sie heute sind. Mal gucken, wo Schalke in der Realität in den nächsten Jahren sein wird. Hier sind sie auf jeden Fall noch am Start und wir sind jetzt auch am Start mit der ersten Transferphase. Let's go! Was ich noch vergessen hatte am Anfang zu erwähnen, ist der Fakt, dass wir einmal nur eine Saison machen werden, was glaube ich bei einer Retro-Ausgabe weniger so schlimm ist. Auf der anderen Seite aber auch kein Zeitlimit haben in den Transferphasen, denn der Karrieremodus läuft so viel langsamer, als es heutzutage der Fall ist. Das ist vielleicht heutzutage besser, aber auch somit das Einzige, deswegen kein Zeitlimit. Aber ja, ich denke mal, wir werden die Zeit 20 Minuten wahrscheinlich auch nicht großartig überschreiten. Jetzt legen wir aber los. Uff Digga, ich weiß jetzt aber auch, was Chris meinte. Der Karrieremodus ist so viel langsamer als heutzutage. Hier sind wir dann also und tatsächlich ohne Timer, denn es wird eine Saison. Es gibt keine zeitliche Beschränkung, sondern Vollgas. FIFA 19, Retro-Style für euch, mit aktuell meiner Mannschaft in Bestbesetzung im 5-3-2. Wir haben Fährmann, dann haben wir Oczipka und Kalidzuri auf außen. Nastasic, Sambouli und auch Sané in der Mitte. Salif Sané, ey, was war das bitte für ein Spieler? Nabi Bentaleb, Mascarello und Rudi Vorna, Bagido, Burgstaller und Marc Uth. Eine ganz gute Truppe, die aber noch besser werden soll und das hat Dennis im Intro schon angesprochen mit 70 Millionen Tauschdeals. Neuzugänge. SoFIFA wird auf FIFA 19 gestellt und dann geht es richtig los. Ich habe Bock und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bastian Oczipka im Tausch. Plus 27 Millionen. Das Ganze für den aktuellen Leverkusener. Zum Zeitpunkt damals noch Lissabonner. Alejandro Grimaldo hat eine 82, ist 22 und hat laut SoFIFA eine 88er-Wertung in Sachen Potenzial. Fünf Jahre langfristig, auch wenn wir eh nur für dieses eine Jahr planen. Hoffe ich, dass das im Gehalt auch alles hinhaut. Keine Ahnung, wie das damals war. Mehr als das Doppelte reicht das. Der Spieler will sogar ein bisschen weniger. Dafür Einstiegsbonus und Einsatzbonus. Naja, kann uns nur recht sein. Von daher ist es jetzt aber Alejandro Grimaldo. Und es gibt keine typische Cutscene mehr. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist der Neuzugang hier. Das kennen wir alle. Wenn ich dann aber überspringe, war es das. Und wir sind direkt wieder auf unserer Wunschliste. Denn hinten links war das eine. Hinten rechts ist direkt das nächste. Ich weiß auf jeden Fall, warum Chris meinte, warum wir definitiv mehr Zeit brauchen für die Transfers. Ich weiß auch gar nicht, wie wir damals innerhalb von 20 Minuten in so einem langsamen Spiel Transfers hinbekommen haben. Wir haben jetzt endlich mal den ersten über die Bühne gebracht. Es ist Stefan Savic für die Innenverteidigung. Nastasic wird eingetauscht. 16 Millionen nochmal rum drauf. Und dafür halt drei Gesamtstärken mehr. Ich glaube, Verteidigung ist, glaube ich, in dem Karrieremodus zu den Zeiten auch noch ziemlich wichtig gewesen. Eigentlich wollte ich sagen, dass wir die Außenverteidigerposition kompletieren. Und damit irgendwo auch die Viererkette machen wir aber nicht. Denn Rosse Gaia geht zu Schwarz-Gelb, nicht zu S04. Es kommt nur Aaron Van Bissaka, für den wir Caligiuri eintauschen. Noch ein bisschen Geld um draufzahlen. Zwei eine Gesamtstärke weniger am Start haben. Chris ist auch jetzt schon fertig. Ich weiß nicht, wie viele Transfers er gemacht hat. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja, gleiche Gesamtstärke, beziehungsweise ein bisschen weniger. Aber dafür natürlich mehr Potenzial. Ganz zähe Verhandlungen. Man kann da nicht einfach, wie im aktuellen FC24-Teil, immer wieder ein bisschen was dagegen bieten. Sondern es sind Tauschdeals und dann wirklich exorbitant hohe Beträge noch immer. Serge Aurier dürfte einen maximalen Marktwert von 18,5 haben. Wir zahlen 18 und Daniel Caligiuri noch im Tausch. Aber egal, wir haben einen neuen Linksverteidiger. Wir haben jetzt dann auch einen auf der anderen Seite neu. Und gucken dann wahrscheinlich weiter nach vorne. Denn die Stürmerposition ist auch nicht unbedingt zu 100% zufriedenstellend. Sechs Abgänge und das Konto wieder ein bisschen gefüllt. Benjamin Stambouli wechselt zum FC Watford. Dann haben wir Alessandro Schöpf zu Athletic Bilbao. Wir haben dann hier weiter Jevian Konoblyanka. Auch ein richtig geiler Spieler zu Betis Sevilla. Nastasic Athletico Madrid. Monaco sichert sich die Dienste von Nabi Bentaleb. Und Benfica, die von Guido Burgstaller. Heißt jetzt, wir haben nicht nur mehr Geld. Das sind jetzt wieder 94 Millionen auf dem Konto. Sondern auch ein paar Baustellen. Wobei die sich in Grenzen halten. Wir wollen in allererster Linie noch einen neuen Innenverteidiger. Einen neuen Stürmer. Und dann vielleicht noch was fürs Zentrum. Vielleicht noch einen Innenverteidiger. Ich habe keine Ahnung. Je nachdem, was wir vielleicht auch jetzt für richtig gute Deals hinbekommen. Das ist die Grundvoraussetzung. Denn nur so können wir mal Minimum noch mehr als zwei oder drei Transfers verwirklichen. Doppelschlag auf dem Transfermarkt. Zum einen Arkadius Melik. Verletzungsanfällig. Ja gut, das war er in der Realität halt leider auch immer wieder. Das öfteren 30 Millionen und Marc Uth im Tausch. Das ist Ziel Nummer 1. Und dann gibt es einen Deal zwischen den zwei größten Rivalen im Revier. Das ist nämlich hier das Revierderby. Dortmund und Schalke. Suat Serdar im Tausch. Plus 7 Millionen für Maximilian Philipp. Der zumindest, wenn die Angaben laut so FIFA hier stimmen, mit dem allerersten Kader-Update hier eine neue und 70 haben muss. 84er Potenzial. Und damit hätten wir eine neue Doppelspitze. Haben noch immer Geld für einen neuen Innenverteidiger. Den brauchen wir dringend. Und dann soll halt auch nicht auch noch was im Mittelfeld passieren. Aber jetzt erstmal die zwei verwirklichen. Und dann schauen wir weiter. Okay, come on Leute. Ich muss mich jetzt mal wirklich ein bisschen ranhalten. Junio Firpo, ein anderer Spanier für die Linksverteidigerpositionen, wird stattdessen der Ersatz für Jose Gaya. In dem Sinne, ich hoffe, er wird sich ähnlich gut entwicklen, wie ich es mir vorstelle. Wo man Leute, weiter geht's. Nicht Star-6er Rudi kommt, sondern Star-Flügelspieler Serge Gnabry für die Flügelposition. Also 84er Gesamtstärke. In FC 25 leider nur noch eine 82. Ich hoffe, unter Bissau-Kompanie wird es für ihn besser laufen. Und hier soll es hoffentlich auch bei Königsblau besser laufen. Für die rechte Flügelseite ein Mann von den Bayern. Auf der anderen Seite Raphael Guerreiro. Also ein Transfer von Schwarz-Gelbe zu Königsblau. Der Mann, der leider nicht ins zentrale Mittelfeld umtrainiert werden kann. Wäre natürlich schön, wenn das auch schon hier möglich gewesen wäre. War es aber noch nicht mit dem Positionstraining. Als LM aber 82er Rating. 24 Jahre noch jung. Ist ein sehr guter Transfer. Und damit brauchen wir jetzt eigentlich noch irgendwie einen Stürmer. 22 Millionen Übereinkunft mit dem VfB Stuttgart. Und Benjamin Pavard, der tatsächlich hier noch bei den Schwaben war. Wie er jetzt auch in der Realität unfassbar im Fußballspiel in Champions League. Das wollte er auch. Deshalb ging es von ihm damals von Stuttgart dann zu den Münchnern. Und jetzt mittlerweile ja auch in die Serie A. Er kriegt ein bisschen mehr Gehalt. Ist damit zufrieden. Und jetzt schauen wir mal. Vielleicht nur mit Salif Sané, Aurier und Grimaldo eine Viererkette. Dann könnte man auf die Youngster davor setzen. Man muss halt einfach mal gucken. Denn ansonsten wäre hier natürlich noch ein Caldara. Wobei erst kürzlich untergekommen ist. Wäre ja noch die Option Rückholaktion. Joel Matip. Dann hätte man aber weiterhin die Fünferkette. Vielleicht ein bisschen offensiver agieren. Wir müssen mal schauen. Aber für euch gibt es mal ganz kurz gleich jetzt nach angepasster Formation den Blick auf unsere Mannschaft. Weil ich finde, so kann sie sich ja auf jeden Fall sehen lassen. Fährmann. Dann haben wir Aurier, Sané, Pavard, Grimaldo. Wir haben Rudi natürlich mit Mascarelle als typisches Sechser. Dann auch wirklich auf der Sechs. Amina Lied könnte als Zehner fungieren. Weston McKennie ist zwar kein typischer Zehner. Kann da aber auch vorübergehend mal spielen. Wobei wir natürlich ihn jetzt ersetzen könnten. Mit den restlichen noch knapp 32 Millionen. Holen wir einen neuen Zehner. Oder wie ich sagen würde, einen neuen Spielmacher. Und dann wären wir auch schon fertig mit der Kaderplanung. Und einiges passiert. Und trotzdem ist es sehr zeitintensiv. Weil man natürlich lange nicht die Routine hier im FIFA-Menü hat. Wie es eben jetzt aktuell der Fall ist. Übereinkunft bei Dimitri Paget. Wir zahlen 26,6 Millionen an Marseille. Und damit steht unsere Mannschaft. Denn das letzte Puzzleteil war eben nur noch er. Und könnt ihr euch damals noch daran erinnern, dass sich die Aufstellungen jedes Mal geändert haben. Wenn wir die Formation angepasst haben. Ja, auch das ist hier mittlerweile noch immer der Fall. Ich meine klar, da wird nicht mehr dran gearbeitet. Aber das war früher so mit das Nervigste. Einmal eine Formationsänderung. Schon war irgendwie alles anders. Aber das ist dann unsere Mannschaft. Ich kümmere mich jetzt um die Fünfer-Auswahlen. Dann schreibe ich Dennis. Und dann seht ihr uns wieder zusammen. Denn ich denke mal, dass es Snipes gibt. Ich weiß es nicht. Werde im Notfall nochmal mit Dennis sprechen. Aber wir sind gewappnet. Hoffentlich wird es eine nicht ganz so schlimme Transferphase für uns in Sachen Snipes. Denn ich hätte die Jungs schon gerne bei uns. Ich will gucken, wie wir einfach abliefern. Uff Leute, wir schaffen es, einen Transfer noch über die Bühne zu bringen. Max Kruse kommt von Werder Bremen. In dem Fall 83er Gesamtstärkevertrag läuft aus. Wir tauschen Uth ein, zahlen Geld um drauf. Wahrscheinlich wird der Bruder eh gesnipet. Aber ich wollte es mir nicht entgehen lassen, nochmal ein Upgrade für den Sturm klar zu machen. Und das haben wir geschafft. Wirklich auch krass, dass er so viel Gehalt bekommt bei Werder Bremen. Also 50.000 Euro die Woche ist schon wirklich happig. Aber waren auch noch bessere Zeiten bei Bremen. Jetzt sind wir endlich fertig. Und ja, wir können endlich zum Snipen. So Leute, für euch ist es keine Ewigkeit. Für Chris gefühlt schon. Denn der Bruder musste gefühlt eine halbe Stunde auf mich warten. War schon fertig mit seinen Transfers. Ich kann schon gar nicht reden. Chris, übernehme gerne. Wie viele Transfers sind es bei dir geworden? Also ich bin bei sechs Neuzugängen. Also das halbe Dutzend ist voll gemacht. Okay, ich habe es auch geschafft auf sechs zu kommen. Aber ich glaube, ich habe dafür ein bisschen mehr Zeit benötigt als du. Wage ich mal zumindest so in den Raum zu stellen, dass das so gewesen ist. Und ja, deswegen, du bist der Gast aber und darfst gerne rein starten mit. Deiner ersten Fünfer-Auswahl. Okay, es geht zumindest nach meiner Sprache um einen Spielmacher. Bedeutet Zehner-Position. Zur Auswahl gibt es für dich. Und ich finde es echt krass, was man da für absolute Banger mittlerweile noch sieht. Oder damals noch sehen konnte. Wir haben Henrik Mkhitaryan. Wir haben Thomas Lemar. Wir haben dann, und das finde ich ja geisteskrank. Ich muss immer an seine Freistöße denken. Dimitri Pallier. Weiter geht es dann mit Giuliano. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Von Al Nasser. Damals schon bei Al Nasser gewesen. Brasilianer. Ja. Und Jesse Lingard auch mit einer 82 einfach. Oh mein Gott. Ja, also es sind schon richtig geile Transfers. Also beziehungsweise Spieler. Transfers ist ja nur einer geworden. Ja. Ich würde den Giuliano nehmen. Weil ich habe gemerkt, Spieler, die so irgendwo nicht bekannte Ligen spielen, aber gute Gesamtstärke haben, die verdienen meist gar nichts. Und vielleicht hast du ihn deswegen auch geholt. Nee, es ist tatsächlich Dimitri Pallier geworden mit seinen Freistößen. Und ja, von daher ist das schon mal der erste Spieler, der bei mir bleiben darf. Wichtig. Okay, check. Dann komme ich zu meiner ersten Auswahl. Es geht um die Innenverteidigerposition. Ich würde sagen, von Kategorie so 25 älter und Rating so ab 82 um den Dreh. Wir haben einmal Stefan Savic von Atletico. Ist ja, glaube ich, heute noch. Also sehr verrückt. Harry Maguire, damals noch Talent und Potenzial nach oben gab es. 82er Rating, 85er Potenzial. Wir haben Felipe von Porto. Wir haben Gabriel Paulista von Valencia. Und der Einzige, der ein bisschen jünger ist, gesamtstärketechnische Pass, aber auch rein, ist Tar von Leverkusen heute auch immer noch. Okay, noch. Ja, vielleicht geht da ja noch was in Richtung Barca oder vielleicht die Bayern. Ich glaube, wenn das Video online kommt, könnte es sogar der Transfer-Deadline-Day sein. Weiß ich gar nicht genau. Aber Paulista, Valencia ist so ein bisschen unscheinbar, aber der ist stark. Felipe war das, von Porto, der andere. Genau. Ich tendiere zwischen den zwei Jungs. Ich gehe aber mit dem Erstgedanken und das war Paulista und von daher würde ich den einloggen. Okay, let's go. Dann darf ich Stefan Savic behalten. War Felipe oder ist Felipe nicht auch dann irgendwie bei Atletico gewesen? Der war auch mal bei Atletico und ich glaube, dass Savic dann nicht mehr ist. Ist der jetzt nicht in die Superliga oder sowas gewechselt? Ja, das kann sein. Ich weiß nicht, aber der war wirklich Ewigkeiten bei Atletico auf jeden Fall. Aber ich glaube, also Felipe war da auch eine Zeit lang, genau, richtig. Genau, so sieht es aus. Erste Position, check. Okay, dann geht es für mich auf die Linksverteidiger-Position und wenn wir bei Felipe aufhören, starten wir mit Felipe von Atletico Madrid. Felipe Luis. Als ich den gesehen habe, ich hatte richtige Flashbacks, ohne Spaß. Linksverteidiger also von Atletico Madrid. Wir haben dann heute einer der wohl besten Linksverteidiger aus Leverkusen mit Alejandro Grimaldo. Damals einfach noch ein ganz junges Ding mit insgesamt nur 22 Jahren. Dann haben wir Marcos Alonso, wir haben Andrew Robertson und zu guter Letzt noch Seat Kolasinac. Kolasinac wäre eine Rückholaktion, ne? Ja. Da war er noch bei Arsenal. Aber ich will mit Grimaldo gehen, weil ich glaube, auch hier wieder so ein bisschen Argument, Gehalt, unscheinbar. Rating war damals schon krass wie heute. Ehe und je, ich nehme ihn. Ja, er ist es auch geworden, weil er war so ein freisleichtes Räumig ist ganz gut. Felipe Luis hat viel zu viel Gehalt bekommen und war trotzdem, dass er eigentlich so viel älter war, auch irgendwie viel teurer. Ja, Gehalt war damals echt noch anders als heutzutage, ne? Wobei der Giuliano, der Giuliano zum Beispiel hat ganz gut, also ganz ordentlich Gehalt bekommen, aber vielleicht auch, weil es Al Nasser war. Wenn ich jetzt so die Spieler von meiner nächsten Auswahl dann so ein bisschen durchgelegte, ist es schon echt wild. Also da gab es schon ganz krasse Schwankungen. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt irgendwie so ein Orientierungsding hat oder so einen roten Faden. Also irgendwie umso besser, umso deutlich besser dann auch das Gehalt, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, dann komme ich zu meiner zweiten Position. Es geht um einen Flügelspieler und da würde ich sagen, habe ich auch mit Abstand am meisten Geld investiert. Wird man auch an den Namen merken. Wir haben einmal Nicolas Pepe, damals noch von Lille. Wir haben Marlos, einer der Brasilianer-Boys von Schachter damals, aber auch Nationalität zur Ukraine geändert. Wir haben dann drei Boys aus der Bundesliga noch mit Julian Brandt, Serge Gnabry und Kingsley Coman. Hm, ich gehe mit Marlos. Ich würde den direkt einloggen, weil da hatte ich auch ein bisschen Flashbacks, Nostalgie-Moment. Und deshalb würde ich mit dem gehen. Okay, ich habe aber auch Nostalgie-Moment beim Serge Gnabry mit rasierten Haaren. Und ja, das erinnert mich direkt so ans Spiel gegen Spurs und so. Ja, es ist Gnabry geworden. Let's go. Unfassbar viel bezahlt. 53 Millionen Euro und noch Schöpf im Tausch. Ja gut, das ist krass. Schöpf einfach unfassbar. Naja, also das sind ja schon wirklich auch echt ganz wilde Spieler, auch bei Schalke unterwegs gewesen. Ähm, ein ganz wilder Spieler und das ist glaube ich so mit einer der teuersten jetzt bei mir, ist der neue Stürmer. Zur Auswahl gibt es hier einmal Arkadiusz Melik. Wir haben dann, Achtung, Mario Manzukit. Wir haben Timo Werner. Wir haben Bas Doss damals noch bei Sporting. Und zu guter Letzt Mario Balotelli hier noch bei Olympique Marseille. Also, der hat eine Frisur. Es ist unglaublich. Also, das ist glaube ich der Inbegriff von einer Pinselfrisur. Ja, ich habe ihn tatsächlich auch auf meiner Liste, deswegen sehe ich ihn auch gerade. Ähm, ich würde aber mit Super Mario gehen. Und nicht Mario Balotelli fällt mir gerade auf, sondern mit dem anderen. Mario Manzukic fand ich als Spieler, deswegen auch hier so geil, bei Bayern, danach bei Atletico, auch bei Juve. Einfach ein unfassbarer Kicker. Wirklich auch am Ball eine Qualität, die seinesgleichen sucht. Arbeitsmoral. Ja, auch wie gefühlt jeder Kroate sie hat. Und deswegen, ich nehme Mario Manzukic. Okay, dann bin ich froh, dass es nicht Super Mario Manzukic geworden ist. Es ist, und das ist einer, der auch schon mal in der Bundesliga war, Arkadiusz Melik geworden mit einer 82. Also, ja, ich hoffe, dass der das Ding vorne regelt. Soll ich vielleicht ganz kurz noch auflösen, bevor deine dritte Auswahl kommt. Gerne, gerne, gerne. Also, Grimaldo ist ja weg. Für hinten rechts habe ich Serge Aurier. Ich habe, Achtung, vom BVB Maximilian Philipp vorne im Sturm geholt. Also, vom großen Vivalen Arkadiusz Melik für die Innenverteidigung, Benjamin Pavard und eben Dimitri Payet für die 10er-Position. Ah, okay. Sehr interessant. Letzte Position, bevor ich dann auch gleich noch auflösen darf. Es geht bei mir auch um den Stürmer. Ich habe mich entschieden, aber er kommt nicht auf die alte Garde zu gehen. Bis auf eben Mario Balotelli, weil der so ein bisschen lecker war wegen auslaufendem Vertrag. Wir haben Jovinko, der hier auch schon bei Al-Hilal ist. Also, nicht schon, sondern war und den Trend damit damals schon gesetzt hatte. Wir haben auch Mario Manzukic. Wir haben Max Kruse und Christian Stuhani von Girona. Stuhani, ja, auch eine Legende einfach. Ich habe vor allem auch, muss ich ganz kurz jetzt dazu sagen, bei der Liste, also bei der Auswahl der Fünferliste, einfach den Jonas gesehen. Der 36-Jährige davon wird Fika-Lisabon, der Brasilianer. Ja, der war so ein Baller, der hat sich mit Team 80 Informkarten gehabt und so, der war so krank. Ich gehe aber mit einem vielleicht sehr offensichtlichen Einer, der jetzt auch vor kurzem seine Karriere beendet hat, nach einem ganz kurzen Ritt in Paderborn und wird daher mit Max Kruse gehen. Du Wichser, Digga, Mann, können doch Max Arby, Digga, er hat sich schon immer vorgestellt, bei Schalke zu spielen, Digga. Ey, ich habe doch mit ihm verhandelt, Digga. Er hatte Bock, Junge, er wollte uns zur Champions-Sieg ballern, Junge. Zum Pott, Alter, und jetzt, ja, jetzt Kutucu, Digga, er muss Regeln irgendwie wieder freigeben. Freigabegebühr nicht im Budget, Perfekt, Digga, muss ich gucken, ihn gegen irgendein Opfer einzutauschen. So, Leute, jetzt stehen wir vor einem alten Problem, das STG Showdowns-Format. Heutzutage hat man ja die Cheat Engine und kann einfach einstellen, dass das Freigeben nichts kostet. Hier ist es nicht der Fall, wir sind nicht am PC, keine Cheat Engine bedeutet, ich werde Max Kruse nicht los. Ich versuche, ihn irgendwie einzutauschen, es klappt leider nicht. Wir haben es jetzt einfach so gemacht, wir werden natürlich für die Ergebnisse in Liga und so, können wir nicht Einfluss nehmen, aber wir werden zumindest den Statistikpunkt, die Tore wegnehmen und, ja, wer heult darüber, soll heulen. Meine Transfers übrigens noch daneben sind einmal Raphael Guerreiro für die andere linke Mittelfeldseite, also für den anderen Flügel und Außenverteidiger haben wir einmal Junior Firpo und Aaron Van Isaka. Okay, stark. Dann sind wir, glaube ich, fertig mit allem soweit. Wir springen an den Kalender in die Simulation. Steven ist Gripski, nee, ist es nicht, wollte ich gerade sagen, soll eigentlich den Sturm hier rasieren. Nee, es ist Max Kruse. Mal gucken, ob es gut wird oder nicht, wir werden es sehen, auch für den Kalender, let's go. So, Leute, wir sind angekommen am Ende der ersten und einzigen Saison hier im Retro-Showdown mit Schalke 04. Es lief relativ realitätsgetreu, würde ich mal behaupten. Man sieht ja auch in der alten Kalender-Simulation nicht, wie es läuft und, ja, es lief scheiße auf Deutsch gesagt. 67 Punkte reichen ja auch einfach mal, um Meister zu werden. Das ist sehr interessant. Ich dachte gerade 67 Punkte, hä? Nee, ich habe 60 Punkte weniger. Alles gut, 47 auf dem Konto, das ist immerhin noch Platz 9. Ich bin vor Leipzig, ich bin zwei Punkte hinter Leverkusen. Absteigen tun Düsseldorf und Nürnberg, damals noch in der Bundesliga gewesen. Ja, lief katastrophal eigentlich. Bei mir ist auch Düsseldorf und Nürnberg abgestiegen, Hannover ist 16. Ich habe zwei Punkte mehr als du, dafür aber zwei Punkte bzw. zwei Ranglisten schlechter. Ich bin nämlich Elfter, also zwei Ränge schlechter. Ich bin, ja, hinter Hertha, hinter Frankfurt. Und Somi gibt es für dich neun Punkte, für mich gibt es sieben Punkte, was das Thema angeht. Absolutes Trauerspiel. Man muss aber auch sagen, ich bin nur sechs Punkte von Platz 5 entfernt oder beziehungsweise acht von Platz 4 in dem Sinne. Also es waren wirklich sehr eng und, ja, keine 60 Punkte haben schon locker für Champions League gereicht. Gucken wir auf den DFB-Pokal, da kann ich schon mal sagen, dein geliebtes Köln war im Finale, hat aber leider gegen Bayern verloren. Ich bin, glaube ich, in der ersten Runde ausgeschieden, ja, nach, gegen Köln, ja. Gegen den FC kann man natürlich mal verlieren. Ich bin tatsächlich gegen Leverkusen rausgeflogen, erste Runde nach Elfmeterschießen, heißt also für beide keine Punkte. Ich wollte gerade schon auf die Trainer des Monatspreises, aber es gab ja noch einen Wettbewerb für uns. Richtig, die UEFA Champions, die Klassikur im Finale, schöner Hintergrund, ich finde den heutzutage nicht mehr so schön. Ja, Gruppenphase, erster sogar gewonnen. Der, was, Bruder, ey, Mann, ich gucke mir jetzt die anderen Gruppen an, Alter. Ja, okay, Dortmund können wir nicht als Gegner bekommen, Tottenham ist ein bisschen belastend. Ajax wäre schön gewesen, Lyon, Viktoria Pilsen, aber ich hatte Liverpool, den Finalisten von der realen Saison. Dann sind wir halt mit 3 zu 2 nicht baden gegangen, aber haben wir knapp verloren. Ich habe es gerade erst so richtig realisiert. Ich traue es mir, ich traue es mich wirklich gar nicht auszusprechen. Ich habe das allererste Spiel in der Champions-League-Gruppenphase verloren und war dann ungeschlagen bis zum Ende. Aber mit unentschieden. Fünf Spiele unentschieden gespielt. Vor allen Dingen in der Gruppe mit Porto, Gala und Lokomotiv Moskau. Das bedeutet, ich bin mit fünf Punkten auf Platz drei, habe keinen einzigen Sieg und bin trotzdem noch in die Europa League weitergekommen. Was mir, glaube ich, gar nicht so viel gebracht hat. Runde der letzten 32 war da dann aufgrund der Auswärtstorregel gegen den KRC Gang schon Endstation. Ja, dann hat man es auch einfach nicht verdient. Und es gibt für mich dann eigentlich gar keinen Punkt oder einen für das Gestehen der Gruppenphase. Genau, Trainer aus Monatspreise kann ich schon mal vorweg nehmen. Habe ich die Null stehen. Da gucke ich mal ganz kurz rein. Da steht bei mir auch die Null. Das heißt, ich müsste jetzt mit allen drei Statistikpunkten das Ding für mich entscheiden. Dann würde ich sogar noch vor dir stehen. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal rein. Ralf Fährmann bei dir auch im Tor. Nee, halt nicht vor dir, sondern gleich aus. Sorry, es tut mir leid. Ah, okay. Fährmann im Tor. Was hat er aufzuweisen? Ich bin bei zehn. Ah, den kriegst du. Ich habe sieben. Nübel, Junge. Fünf Spiele, zwei zu null. Selbst der Lenzer hat eine bessere Quote hier als Fährmann-Vorlagen. Ja, nee, das habe ich nur sieben. Das muss ja an dich gehen. Und was hat der Gruppe gemacht? Digga, Tore, Bruder. Das waren wirklich noch die Karrieremoduszeiten, wo der Top-Torschütze... Ich gucke jetzt gerade nach. Es sind übrigens zwölf bei mir, Max Kruse. Ich glaube, das waren wirklich noch diese Karrierezeiten, wo der Top-Torschütze in der Bundesliga einfach... Ja, Haller, Bruder. 14 Tore. 14 Tore! 14! Das ist bodenlos. Lewandowski hat zehn Tore. Warum spielt er überhaupt nur 21 Mal? Okay, vielleicht war er verletzt. Aber trotzdem, jeder Affe kriegt heutzutage... Wirklich jeder Idiot in der Bundesliga schafft heutzutage zehn Tore. Und hier reicht es aus, um Top-Torschütze zu werden. Ja, also bei mir ist es tatsächlich gleich. Ich habe auch 14 als meinen besten Torjäger mit Arkadius Melik vorne drin. Ah, okay. Gut, dann geht der Punkt auf jeden Fall an dich. Ja, beide, oder? 14 war mein Top-Torjäger. Nee, nee, ich hatte zwölf von Max Kruse. Achso, du meintest, ich bin Top-Torjäger. Stimmt, der Haller ist... Ja, ja, von der Bundesliga einfach. Vielleicht ist ja auch Kollege Melik bei dir Top-Torjäger geworden mit 14 Toren. Bei mir war Kruse, glaube ich, aber auch relativ gut von der Platzierung mit seinen Elftreffern in der Bundesliga und einem im Pokal. Ja, deswegen. Das waren auf jeden Fall verrückte alte Zeiten noch im Karrieremondus. Wollen wir nochmal die Mannschaften vergleichen? Können wir gerne machen, ja. Okay, Fährmann-Tor 83. Bei mir auch, ja. Viererkette dann. Wir haben Bissaka 79, Sané 81, Savic 84, Firpo 80. Ich habe Rudi hinten rechts, ja, provisorisch 79. Und dann dreimal 81, Sané, Pavard und Aurier. Okay, dann habe ich Starsechser Rudi 79, Mascarel 80, Harit 79. Dann Mascarel 80, McKennie 77, Harit 80. Und Gnabry 85, Guerreiro 84, Kruse noch eine 82. Harier 81, Philipp 80, Melik 84. Also ich würde schon sagen, deine Mannschaft ist die Bessere auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber halt natürlich auch wegen Kruse, vielleicht auch wegen dem Snipe. Aber ja, ich glaube, wenn ich Max Kruse nicht gehabt hätte und Steven Skripsky hier diese Saison als Stammspieler spielt, dann werden wir vielleicht sogar abgestiegen. So wie es dann ein paar Jahre später in der Realität auch passiert ist. Deswegen gut, dass Max Kruse noch am Start geblieben ist. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Sehr interessante Retro-Ausgabe, würde ich mal behaupten. Nicht so erfolgreich, wie wir uns das vielleicht vorgestellt hatten. Aber sei es drum. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lieber da lassen, wenn ihr auch mehr von solchen Retro-Ausgaben noch vor FC 25 sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. In alter Frische wieder, Showdown, anderer Kram und so weiter und so fort. Chris hat die Abschlussworte. Haut rein. Seckt das Video bei mir jetzt, was zeitgleich online gekommen ist. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, jetzt super gerne aus mit den Spurs. Wir gehen jetzt dann in die Aufnahmen rein. Also hier Schalke bei Dennis war die erste. Tottenham bei mir dann die zweite. Und ich habe gar nicht so viel zu sagen. Wie Dennis auch. Ich schließe mich der ganzen Sache nur an. Falls ihr sowas noch öfter vor FC 25 sehen wollt, lasst Liebe da, schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.